Botschaften mit dem Cäsar-Code verschlüsseln Die Cäsar-Verschlüsselung leitet sich vom römischen Feldherren Julius Cäsar ab, der diese Art der geheimen Kommunikation für seine militärische Korrespondenz verwendet hat. Dabei benutzte Cäsar eine Verschiebung des Alphabets um drei Buchstaben. Die Verschiebung funktioniert aber auch mit einem beliebigen Wert. Wie Sie ganz einfach mit Excel eine Nachricht mit der Cäsar-Verschlüsselung kodieren, demonstrieren wir Ihnen nachfolgend. Schreiben Sie zuerst den Begriff, den Sie verschlüsseln möchten, Buchstabe für Buchstabe untereinander in ein Excel-Dokument. Klicken Sie anschließend in eine leere Zelle daneben und geben Sie ist gleich Code, Klammer auf ein, markieren Sie anschließend den ersten Buchstaben und schließen Sie die Klammer. Zu guter Letzt bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Wie Sie sehen, wandelt diese Funktion das Zeichen in einen Zahlenwert um. Nun kopieren Sie die Funktion nach unten, indem Sie den Anfasspunkt nach unten ziehen. Im Feld C1 schreiben Sie einen Zahlenwert, dieser Wert gibt nun die Verschiebung im Alphabet an. Damit das Alphabet um den gewählten Wert verschoben wird, geben Sie in die Formelzeile ist gleich ein, markieren den Zahlenwert des ersten Buchstabens und addieren den Wert aus Zelle C1. Den Wert in Zelle C1 wandeln wir in einen absoluten Bezug um, indem wir die Taste F4 drücken. Ziehen Sie jetzt die Zelle am Anfasspunkt nach unten, um eine Kopie der Formel für die anderen Felder anzulegen. Nun ist noch die Eingabe folgender Formel vonnöten, damit ein Überlaufen des Zahlenbereiches über den Wert von Z hinaus abgefangen wird. C2 steht für die erste Zahl, die wir über die zuvor ausgeführte Addition ermittelt haben. Nach der Eingabe der Formel können Sie die Zelle durchklicken und ziehen am Anfasspunkt nach unten kopieren. Sie haben sicher bemerkt, dass sich die Buchstaben um eine Stelle im Alphabet verschoben haben. Aus A wird B, aus Z wird wieder A werden und so weiter. Das Ausmaß der Verschiebung lässt sich in unserem Fall in der zuvor erstellten Zelle C1 festlegen. Gratulation! Mit den erworbenen Kenntnissen können Sie nun getrost beim CIA anheuern.